So, jetzt! Jetzt hab ich nicht die Hülle gescheit gespielt. Jetzt kommt wieder die schlechte Runde des Films. Die Guri. Also wechselt ihr einmal raus? Ja, ja. Es kann nur eine schlechte Runde sein, wenn niemand andere... Alter, mal noch mal den Kopf! Also, es wird immer eine schlechte Runde hier, wenn ich nicht spiele am Computer. Merkt ihr das? Ja, natürlich! Ach, Mädchen. Du bist ein Mädchen. Du bist der Rest vom Schützenfest. Da ist es in Flammen, will doch aber keiner eigentlich, oder? Wirst du aber spielen müssen. Werde ich nicht. Roll mal nach vorne. Nein. Doch. Nein. Blöder. Du bist ein Blöder. Ich bin in der Fresse, Alter. Du den Maul, du Maulkak. Fläder! 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 Was ist denn da los? Warum sind da jetzt alle weg? Was? Du weißt du was zu fragen hast. Ah, hier haben wir einen Viewer! Cool! Hallo! Ich begrüße ihn auch mal, hallo! Weil er hört uns ja auch, ne? Achja, Spawner und keine einer, falls du es nicht mitgekriegt hast. Wir sind quasi in einem Doppelstream unterwegs. Aha! Was? Ja, wie? Doppelstream! Ja, ich streame und der Globus streamt. Ja, wenn wir auch noch streamen, dann haben wir einen Triple-Stream! Mach einfach! Mach einfach, ja! Mach einfach, ja! Mach einfach, ja! Ey, wir haben ja schon Level 14, hast du das schon aufgefallen? Hab ich doch gesagt, oder Level Up? Ach, wann war denn das? Ja, während meiner Runde jetzt! Ja, weil die Vorrunde von mir so brutal war und mega verpumpt! Ja, weil du bist so ein Opfer! Ich hab gestern zwei Level reingespielt, mach das erstmal nach! Heute schon wieder eins! Ja, du bist jetzt schon wieder der Sand in seiner Ragina! Du hast ne Ragina! Ihr wollt, ähm, zu viert... Schau mal, ob du da einen Brösel-Scheiß hast! Ich hab keinen Brösel-Scheiß! Mach jetzt mal einmal auf, dann nehm ich von daheim einen Brösel-Scheiß mit! Ich hab dir das schon mal gesagt, dass nix da ist! Du bist so der Hässler und dann mach wenigstens irgendwas anders! Was ist mit euch? Wolltest du das da echt zu gut sagen? Ja, scheiß der Hund doch drauf! Ihr seid bescheuert, das schafft ihr niemals! Ja und? Ihr seid auf schwer! Scheiß da drauf, schaffen wir schon! Dann gehen wir Welle 3 oder Runde rein! Gett er hier, gett er hier, gett er mal! Genau deswegen, ich wollte eigentlich nur an Hansen sagen, ich auch noch! Das ist mir eigentlich scheißegal, was es hier ist! Eigentlich, eigentlich ist mir das scheißegal, was es hier ist! So, schau mal, da wächst der Brennnessel! Was? Brennnessel Tee! Und die Köpfe blatten! Eigentlich schon voll der bescheuerte Sau! Der Markus wird getötet, der Idiot! Boah! Der Idiot! Stirb! Ha ha ha! Da ist das Gesicht schon aufgegangen! Ha ha ha! Ich hab mich schon gefragt, wo sitzt der denn? Ja, ich meinte ich, das kann doch! Ja, ich meinte ich, das kann doch! Jetzt ist schon manchmal Ovi so ein feuchter Furz, wenn da der Kopf platzt! Ja, sowieso! Schlangen! Also die Pistole wirkt irgendwie, was nennt, wie eine Spielzeugpistole! Ja, das habe ich auch schon gesagt! Aber gut, dass das nur Early Asses ist und dass da noch viel getan wird! Ja, kloppt mich denn da! Ich hoffe ja, dass auch bald mal Scharfschützengewehre und so ein Zeug reinkommen! Kopf weg! Jetzt kloppt man das! Ja, ja! In Killing Floor 1 habe ich sehr gerne das Perk-Sharp-Shooter gespielt! Ja, das Perk-Sharp-Shooter war ja hauptsache Headshot mal! Oh, leule! Guck mal, du! Ich zermäh euch! Ja, man macht ja die meiste Zeit eigentlich Headshots! Boah! Ich habe keine Weapon mehr, keine Weapon mehr! Leute, man! Also an meiner Spielweise würde man sehen, dass ich normalerweise Scharfschützengewehre spiele! Ach! Du Foden-Sharp-Shooter! Dann beste ich dir! Ich bin gleich im Arsch! Bist im Arsch! Du wurdest bei lebendigem Leib gefressen! Haha! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ja, ja! Selbstverständlich hat die Aufzeichnung! Ich verstehe dich grad nicht, Markus! Ja, ja, ja! Gemäß hat die Bixs aus! Scheiße, es liegt nicht... Woop, woop... Woop, 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 woop... Was ist das schon wieder wichtig? Glad you made it back, not enough dosh. Not enough dosh! Good enough dosh... Aber i hob enough dosh. Ah, gern. Ah, j glaub, der Globus ist bei mir gerade so leise, weil der am... mann schnagulieren ist hier nach dem ständigen das Mikrofon wo noch umdreht der Unterhaltung wir uns wollen wie lang bleibst du dann bis zum 10.00 Prozent der Stadten wieder hoch Ok Nach drüben üben Quasi Wieder ins Ausland Jaja, wieder nach Hause quasi Ins Ausland Da wo niemals die Sonne scheint Niemals da ansehen Mit deinem Gesicht also Na man Eigentlich sieht man schon Das muss man sagen Das ist eines der sieben Weltwunder Das auf jeden Fall Ja, aber nicht positiv Ja, es ist halt eins von den Gesichtern, die halt nur Mutter lieben können In seiner Kindheit hat man ihm halt auch ein Stück Fleisch um den Hals gebunden, dass der Hund wenigstens mit ihm sprüht Da kann man es nur noch Wenn man es nicht mehr ist Ja, ich meine Die 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 Ja, manchmal geht es flott. Oh ja. Ne, auf und zwei tickte ich die Schäden weg, Mann. Was bin ich da, was bin ich da, was bin ich denn da, Frau Gischöp? Besparen! Ich bin nur da zum Kills abgreifen. Um Kills abzugreifen. Ja. Wo wirft man eigentlich standardmäßig Wachen weg? Auf Backspace. Backspace. Das über der Enter-Taste. Geschissen. Auf löschen quasi. Ich bin gleich wieder da. Er geht schnell ein Absal. Nein. Er spielt sich an dem Knötchen rum. Oh no. Ah, Mann. Ich bin nicht weitergum. Ich bin nicht mit der Raus-Taste. Das ist gut. Was meinst du? Ich bin wieder da, habe ich gesagt. Das ist schönes Gefreinungs-Olli, sehr, sehr. Du bist so schlecht Globus. Warum? Weil du schlecht bist. Schaut's mit der Stats-Liste aus. Oh, schön. 34 Kills habe ich bis jetzt. Also, ist die 56. Wart man. Alles klar, machen wir. Was hat er gesagt? Ja, wir können schon mal dann für den nächsten Round auf Normal und 7 Runden aufstehen. Das war ganz geil. Er hat gesagt, wenn wir irgendwas verändern wollen, können wir ihm das sagen und er tut das dann. Wer ist denn der Admin hier? Das ist, ähm, Smon. Der uns hier quasi tatkräftig zur Seite steht. Sehr freundlich. Ah, ich schiesse ein Kei, die hat zu dir kommt. Hat er gestern schon gemacht. Fand ich ziemlich cool. Ja, wird wahrscheinlich ein Standard-Server werden, oder? Für die Streams. Wenn wir dürfen. Könnte unter anderem möglich sein, ja. Würde ich sagen, weil... Ist nur da selber gute Leute. Optimal zum Streamen. Ja. Das ist wahr. Das war sehr schön. Das war sehr schön. Also die Wellenlänge könnte man wirklich auf 7 runter schrauben, finde ich. 10 ist schon... Alter, was war das? Bisschen zu krass noch. Finde ich. Na, wir haben auch wieder zwei neue Zuschauer. Guten Abend. An euch übrigens. Hier war aber ein Kap, aber der hat plötzlich irgendwie sowas gerüstet. Einen schönen guten Abend. Bei uns noch zu sehen, Max und Spawn. Ja. Und an der Tastatur sitzt gerade Chewie. Ich bin jeweils noch selbst im Stream wahrscheinlich. Oder im Spawn. Bist du auch im Stream, oder? Ne, ich bin nicht im Stream, aber... Kein Triple, nein. Den Triple Screen braucht man jetzt, glaube ich. Heute nicht. Vielleicht machen wir dieses Special Event ein andern Mal. Heute bleibt's bei einem Double. Black Mucks und Beach. Fuck. Heißt euch. Gestorben? Ja. 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 86 Kills. Das geht schon. Ja. Schönen Pink von 36. Nice. Ist ein guter Server. Ja, Muckensturm halt. Muckensack. Also für die Zuschauer mal ein bisschen Werbung. Wir spielen hier auf dem Server Muckensturm. Deutscher Gameserver, unten links steht's. Schubi hätte gern Schwierigkeitsgrad normal, aber wenn man normal macht, kann man bei 10 Wellen bleiben, finde ich. Ja, aber normal kann es 10 bleiben. Hätte ich mich so gedenkt. Scheiße. Habt ihr jetzt eigentlich auch Sprachausgabe hier in Deutschland oder? Nizza Money. Nein, die Sprachausgabe ist in Englisch. Die wird auch wahrscheinlich in Englisch bleiben. Die wird auch Geld. Die ist bei mir in Englisch. Boah, mir muss mehr Kohle schicken, unbedingt. Wir haben keine Munition. Ich hab' schon noch Geld verdrückt und es gibt keiner was hier. Ja. Ich hab' nichts mehr Geld verdrückt und es gibt keiner mehr. Yeah. Hey the Motherfucker. Childabouac. Unbeустить den? Bew hamming. Je Dick Wagen auf, destin essentiell عن der Hoa. Geben sie einen sichern. Du Aspen im Back. Uhidarist Bitten WORDS. Wenn du da rumwabbelst, ist das voll extrem Jetzt wieder nachladen immer Ja Boah, er hat sich angekürzt Nein, nein, da ist noch einer links von dir Der hat sich angekürzt wahrscheinlich nicht Der Kals ist fast tot Alter, es scheint sehr viel Wobei ich finde, wenn sie noch ein bisschen an dem Spiel feilen Können sie dem Überlebensmodus auch vielleicht ein bisschen mehr als nur 10 Wellen geben Um mal richtig einen Überlebensmodus draus zu machen 30 Wellen, 40 Wellen Hä? 50 finde ich schon fast ein bisschen viel Ja, ich habe jetzt auch keine Zahl genannt 50 wäre ein bisschen zu viel 20 bis 30 hätte ich jetzt da am Kopf gehabt Ja Weil auf Normal zum Beispiel Ähm, kann Welle 1 bis 10 ganz schön schnell vorbei sein Und vor allem mal wirklich mal angepasst auf die Menge der Spielerei Aber dann muss auch ein Bewusstsein, dass dann bei einer Welle, ähm 12, 13 und 14, 15 und so weiter Ja Dann immer mehr Sets kommen, ne Ja Aber es sollte wieder leichter werden von den Bossen, die kommen Also Scrakes, Flashpounds Das sollte sich dann, ähm Ab Welle 11 Wieder an Grenzen halten Und soll dann meinetwegen 14, 15, 16 dann erst wieder losgehen Oder keine Ahnung Wir halt von Welle 1 bis 10 jetzt zum Beispiel Die kommen ja nicht sofort ab Welle 1, weißt wie ich mein Damit es nicht zu schwierig wird Weil man muss ja eine gewisse Spielbalance finden Ja, das ist wohl wahr Also ich find zum Beispiel Welle, das hat sehr gewöhnungsbedürftig Ja Aber es geht eigentlich Schau mal her Ja, es geht schon, aber es ist nicht so einfach wie bei manchen Spielen, wo du sagst Okay, ich kenn mich sofort aus Du musst immer gucken, äh Wo ist was Ja, aber nur mit der Zeit guckt man sich dran Ja Ich hab letztens 1er gespielt, da bin ich dachte, äh Da hab ich mir überhaupt nicht rausgekönnt Ja, weil da alle Seitenverkehrt ist Ja, das nächste still er hat gesagt jetzt kämen zu mir über irgendwelchen typen reihe und machen Werbung ich wünsche einem einen dünn Schuss was für Werbung macht es denn bei dir aber ich bin so und schlussern abtet die Probe Doppelpunkt um und die er der Körperschutz bei mir und im Raum in der Sohine hatten wir heute auch schon bei uns im Channel der Schutzwort immer von Du hast doch einen Mod bei dir drin das soll die doch kicken Nutzig weg. Ja, der ist schon wieder draußen noch mal. Ach so. Aber das stürzt halt nicht. Verpiss dich, du Bitch! Ich habe gehört aufgekommen. Ja, habe ich gesehen. Das ist Craig. Die hat auch schon Pfeffer, gell? Die Medikpump. Ja, du bist tot. Tod. Du hast doch noch einen Burger, oder? Ja, schon. Ist sie dann wieder fertig später. Ja. Geh mal mit der Cam auf einen anderen Spieler, damit die Läufe nicht zusammen sind. Asi. Ja genau, geh auf dem Spahn. Schau mal dem Spahn zu. Er ist gleich tot. Halt mal hinter dir sind Crawler. Mh, merke. Jaaaa. Ich mein Spahn. Spahn hinter dir 2. Schau mal. Hier haben wir die Automatikpump, gell? Viel besser. Schon wieder welche. Er weldet sich ein. Da kommt der Schutz. Super hinter dir. Schön. Nice. Halleluja, ey. Drück mal den Maus hart. Ja. Nochmal. Aber so sehen wir nicht mehr, was hinter ihm los ist. Der Kaider antaliert. Schmeißt Stühle umeinander. Boah, ja, ja. Boah, hat's den zerlegt. Ja, maus hart muss wieder drücken. Ja, ich hab's schon spannend. So. So. Ich hab das mal drauf. Nix von dir. Scheiße. Scheiße. Tot. Caaaaaattt. Ja, das war ein… Einfach keine Übung. Ja, das stimmt. Da liegt die Automatik dran. Eine Niederlage. Ja, Spielwechsel. Spielwechsel. Gibt's schon mal Abbau und Putzinger. Ja, und dann vielleicht wirklich Schwierigkeitswechsel. Ja Leute, ich muss leider schon wieder aufhören, weil ich hab mal die Geschichte. Was, du musst schon wieder aufhören? Der Markus hat schon wieder auf. Mein, der Ose-Diesler. Oh, nein, ich hier noch nicht. Der Keiler. Der Keiler. Schade, aber schön, dass du da warst. Ja, hab mich gefreut. So nett. Ja. Also dann, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsch' euch noch viel Spaß und so, bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Dankeschön. Ja, Merci. Bis die Tage, spätestens am Samstag und so. Jo, alles klar. Habi derzen. Habi der. Habi der. Habi derre. Wir sparen uns weg. Gut, wir sparen uns weg. Man, schafft man's auf. Ja, genau. Ja, das schaffen wir schon. Schwer sieben Wellen das geht. Danke übrigens fürs Umstellen. Ja, Dankeschön. Ja, ist okay. Danke dir. Mittel war lustiger. Ja, geht's aber leider nicht. Warum? Warum? Weiß ich nicht. Gibt doch kein leicht. Normal? Schwer? Ja, mittel ist für mich normal. Achso, meinst. Ja, ne. Normal ist die Mitte. Ist das kein Minus, also kein Laie? Das ist aber jetzt quasi eigentlich schwer. Das ist eigentlich schwer ein Mittel, weil nach schwer kommen ja noch zwei oder drei. Ich mein, der Server läuft ja hauptsächlich auch meistens auf schwer. Ja, ist ja auch in Ordnung. Das muss halt nur noch richtig ausbalanciert werden. Auch was einen Bossgegner betrifft, dann ist schwer auch nicht mehr so zäckig. Die anderen Schwierigkeiten gerade dürfen richtig schön schwer sein. Aber schwer sollte schon noch ein Gezwinger sein. Es soll ja natürlich nur schwer sein. Ja. Ja, genau. Das ist halt bei mir und bei dir zu. Das machen. Ist cool. Oh nein, jetzt habe ich einen Ton. Aber jetzt hilft auch gut die schöne Labors spielen, wenn ich so. Bin ja ganz glücklich dann. Labor ist scheiße. Die dürfen da jetzt mal neue Maps rausbringen für das Spiel. Ja. Unbedingt. Die könnten es so machen wie bei ähm. Mir fällt jetzt der Spieltitel nicht ein. Irgendein Spiel war es, da ist der Workshop schon drin. Also äh, Annual Tournament ist es. Nicht Workshop, aber da können Leute schon Mods erstellen dafür. Okay. Genau. Und... Mods oder Maps? Ja genau. Ja, Maps sind eigentlich Mods. So in der Art. Ja. Und das könnten sie hier auch schon mal irgendwie anfangen, aber ich glaube das dauert bis zum Release. Hey und zwei neue Zuschauer, guten Abend. Ja, die zwei nachher Guccia... äh, Zuschauer da waren. Guccia, du sprachst. Guccia, ja. Guccia, ja. Ja, ich... Es waren der Spawn und ich. Achso. Ja, dann hallo. Boah. Scheiße. Aber ich seh's ja, das Spawn ist wieder da. Boah mit dir, Geri. Ach der will lieber zugucken als mitzocken. Ja, vielleicht macht er sich noch ready und ist noch irgendwas oder... Ja, ich hab einen zweiten Viewer. Du darfst nicht. Jo, ich darf schon. Meinst? Eigentlich auch nicht, na. So, jetzt haben wir weg. Du mal. Also ein paar Leute sollten noch... Ähm, also einer müsste mindestens noch reinkommen. Ich war heut, äh, Nachmittag auf... Das Zeitpunkt mal auf, äh, 8 Uhr. Was? Ich... Du bist grad so leise. Also, ja. Ich hab Schätze, ich bin nach oben drauf gehabt. Ähm, ich hab heut Nachmittag einmal 8 Uhr gehabt. Okay. Ja. Wo ich LOL gestreamt hat. Ja, geht das. Bei dem Spiel kommen wir schon weis... Ja, da schauen Leute zu, was ich überhaupt nicht verstehe kann. Ja gut, du kannst echt was lernen, wenn du das gut machst. Äh, kannst du echt was lernen davon. Ja, ich weiß ja nicht. Na, das geht schon weis, ja. Ja. Und vor allem, wenn du dich dann mit den Leuten unterhalten kannst. Darum hab ich das halt so angeboten, dass... die Leute, ähm... was schreiben. Ich lese es dann nochmal vor und antworte dann... instant drauf. Ach so. Mhm. Genau. Ja, ich lese es manchmal vor und manchmal nicht. Ich lese es schon wieder hin. Genau, und die... Ich lese es schon wieder hin. Ich lese es jetzt, ähm, da sie eben, wenn jemand schreibt, ich lese es vor. Ja. Das... Was du kannst lesen. Ich mach das manchmal, manchmal lese ich es vor. Ich glaub eher, du lässt dir das von Google vorlesen und lauerst es dann noch. Ja. So ist der Putz auch immer macht. Hey, du solltest das nicht verraten. Ja, nein, Entschuldigung. Rausgerutscht. Ja, das... lass ich jetzt nicht gern. Hehehehe. Wenn's licht nicht auf den ganzen Runden auf, ey. Ist ja was. Hehehe. Hehehe. Schau, ist nix passiert. Hehehe. Hehehe. Du bist mit einem Penner, Alter. Hehehe. Jetzt mach's nicht wieder, Alter. Hehehe. Du hast ganz komisch klicken bei den Leuten. Klicken, klicken, klicken. Ja. Ah, ich seh schon. Die Heizung macht gleich wieder komische Geräusche. Ja. Ja, bei mir war's schon. Ich hab ihm aber eh schon Bescheid gesagt, dass er vorbeikommen muss und die Heizung mal entliften. Ja, da will die Heizung sparen, ja. Mhm. Aber heute werden wir nicht mehr kommen. Kaum nicht wahrscheinlich. Ja, ja. Du weißt. Du weißt. Wenn sie halt schon früh geschaut hat, dann, ey, Putz ist gekaut. Du bist dran. Wie. Der hat, der hat halt nachmittag noch was gebrötet. Was ich bin dran. Scheiß bin ich dran. Merkst du was? Der kann nicht. Nein, du bist dran. Nö. Nicht so wie gemacht. Der kommt auch heut nimmer. Merk ich nicht mehr. Ganz gewesen nicht. Dein Morgen. Der ist wahrscheinlich Bresel eben. Der wird froh sein, wenn er sein Bett findet. Ja, das wird sein, ja. Guten Abend, neuer Zuschauer. Hallo, hallo. Ja, beschwert er sich ja noch. Wer beschwert sich? Du hast dich vorher grad nur beschwert. Einen hätte ich noch gern mehr. Na, ich mein doch nicht Zuschauer, sondern einen Mitspieler, der. Ach so. Weil wir sind jetzt zu dritt. Ich würd aber gern zu viert starten. Ja, zu dritt. Das kannst du davon löten. Kann man nicht weit. Start, man. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt hier zuschauen und mal ne Pause machen. Ist doch drin der Andreas. Ja, der Andreas, ja. Aber das ist noch nicht. Ist er nicht da drin. Ich weiß nicht, ob das auch einer ist. Der, der hier mit uns immer schreibt, das ist Mon. Ja, der ist ja bei uns in die Streams. Ja, genau. Der wird jetzt wahrscheinlich Pause machen, nehm ich einmal. Der hat ja vorher schon gespielt. Gut. Ja. Ich brach da nur mehr in die Gnade. Was da, wo es liegt. Ja, gut. Da. Da ist ja irgendwo der Hammer. Was ist denn schlecht? Was ist denn schlecht? Morgen ist ein Tag, wo kein Friseur arbeitet. Ja, ich habe mich damit schon abgefunden, dass ich in Passau zum Friseur gehe. Ja, möchte ich nicht. Weil da kann ich die Augenbrauen nicht machen lassen. Daher noch lauf ich rum wie ein Tocke. Du sollst ja auch nicht die Augenbrauen machen lassen, du Schwede. Na klar muss ich die machen lassen. Möchte ja nicht so wie der Markus, wie die, wo du zusammenhast. Jetzt hat er es einmal ausprobiert und seit dem Rest, dass ich jedes Mal beim Friseur die Augenbrauen zupfen mache. Ernsthaft. Ja. Ja, schau mal Markus. Merkst du mal wie gut das gemacht ist, dass man es nicht einmal sieht? Das sieht doch nicht. Weil ich dir auf die Augenbrauen schaue, oder? Das sieht man doch. Wenn einer zupft die Augenbrauen hat und es ist schlecht gemacht. Das siehst du doch. Und vor allem bei deinen Puschen, da ist es sehr wurscht. Bei meinen Puschen. Ich gebe doch gleich eine Pusche ins Gesicht, ey. Du hast genauso zu verhippen wie unter die Augen. Wenn ich das nächste Mal bei dir penne, dann setze ich da so einen Haufen ins Gesicht ohne Scheiß. Du hast das gerade gehört, was ich gesagt habe. Du bist genauso hip ist über die Augen, Alter, wie unter die Armen. Also, da du ziemlich wenig Körperbehaarung hast, finde ich das nicht schlimm. Das hat dann nicht schon geboren. Das finde ich hier gerade bei mir ein bisschen fies. Hier steht mal drei Zuschauer, dann wieder zwei, dann wieder drei, dann wieder zwei, dann wieder drei. Dann wieder kurz drei, dann wieder zwei. Also, entweder spielt hier einer mit uns, oder ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht noch mal guten Abend sagen. Weil nicht, dass ich an da und ein und denselben begrüße. Das ist mir zu doof. Vielleicht kommt er nur deswegen immer wieder. Ja, das... Weil das Hallo so gut ist. Ja, jetzt ist er wieder einer da. Ja. Ah, shit. So muss das. Jetzt haben wir unseren vierten, aber er ist noch nicht hier, direkt oben. Der Lied macht ja immer ganz komische Geräusche. тай experientiert. Oh, jetzt sind wir sogar zu 5. Ja, jetzt ist es zu 5. Ich kann jetzt starten, Alter. Da drück mal blei 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 blei. Äh! Könne! Ich möchte beide Beine! Ich möchte beide Beine! Du warst das Hinsetzen hier! Ganz zu wenig! Mal das Labor hier, jetzt geht mal was! Schau, viel Spaß im Labor! Ich kenn das Glocken! Ich hab das gestern schon auch schwer gespielt! Ja, was? Labor ist ganz gut! Vier Stunden lang! Das geht eigentlich, Labor! Boah, jetzt gibt's Dicke mit der Schaufel in die Schnauze! Ja, ja, dein Gesicht! Mach ich mal einen auf Bersiakka, Alter! Mit dein Gesicht, ja! Kannst du ruhig auf Bersiakka machen! Wir sind wieder im großen Raum! Boah, Kopf weg! Schnüppel, Schnüppel! Aber irgendwie wird mit auf Dauer das ewige Headshot echt langweilig! Das musst du aber auch schwer machen! Werner Lobes! Mach's dir so oder so! Ist immer wieder dieselbe Animation, weißt! Irgend so ein Burschen! Irgend so ein Burschen! Ich hab mir grad voll auf die Tastatur gehascht! Das ist der Tab! Ja, du wirst ihn auch schon wieder! Ja, ich kann auch nicht mit dem Finger weg! Nein, ist ja nicht so schlimm mit der komischen Microsoft aus der Tür! Das ist kein Microsoft! Was ist das da, der Tab? Steely Serious! Das ist Microsoft! Wohin! Ich hab die Schaufel, ich hab da gescheit eine! Was ist das denn mit der Schaufel? Hä? Was ist das denn mit der Schaufel? Da ist noch einer! Das war der da, ein kleiner Bursch. Jetzt sagen wir ja. Das war der letzte. Irgendwann haben wir noch einen Kladdel. Der war richtig anreitig. Du bist anreitig. Du bist der O-Reit-XD. Ich brauch 1500. Ich hab keine Kohle mehr. Ich hab meine gerade im anderen Game. Dann gibt es einen Ausweiter, Alter. Wir sind eh schon richtig. Dann wird einmal richtig angeschnitzelt. So. Was seid ihr? In welchem Raum seid ihr? In dem Großen. Wollen wir vorhabern? Also quasi überall da, wo der Putz nicht ist. Überall da, wo geschossen wird. Alter, nenn mich Gott. Warum? Hä? Wie viel drückt sich das denn? Äh... Zwei noch was, oder? Ach ja. Für die Zünd. Da ist ja nichts los. Genau, du kriegst mehr als ich. Weil? Wegen der Mische. Okay. Die war ja von mir. Und von dir. Du hast ja schon was drin gehabt. Ja. Ja. Genua. Dicker, Kopf weg. Dein Kopf weg. Hey, lass 2x1 oder 2 oder so. Das war schon cool. Nein, du musst doch schneller schießen. Ey, ich schieße ja nicht. Das ist ja das. Darum bitte nicht so langsam. Boah. Boah. Verdammengeschaufelt. Geile fette Furzerstücke, Alter. Let's get you restocked. Not enough to us. Not enough to us. Not enough to us. Everyone okay? Was hat mich dabei? EMP-Granaten. Ja, weg damit der. Gut. Mies. Ja. Nein, es reicht nicht um 20. Ich glaub ich kurz. Was? Geh her. 20 hab ich auch noch. Ja. Aber. Gell, oder? Was? T-Train. We-Findbound. Die. We-Findbound. We-Findbound. We-Findcami. T-Iron. Fangen sie gut an. Hier, ich bin so scheiß beserker, Jungs. Richtig mit der Schaufel. Ach, irgendwas stimmt mir am Akku nicht. Ich hab's seit einer halben Stunde ungefähr 100%. Ohne, dass es umgesteckt ist. Okay. Wenn du durst ja jetzt eigentlich nicht wirklich was, da wird doch eigentlich nichts von rauch. Naja, aber kleiner 1G war ja schon auf Facebook unterwegs. Schmerz, Schmerz. Boah, ich treff grad null. Mir fällt schon wieder alle kaputt den Finger. Ja, geht was. Hey, Junge. Sauber mit der Schaufel. Dauer mit der Schaufel. Auf zum Händler. Der Krone, der Witxer. Was ist mit dem? Hat schon Witcher gespielt. Echt? The Witcher 3, Preview. Erste Einblicke in Land und Leute. Das fies. Das ist natürlich gemein. Das ist cool. Du sagst, Zombie. Wir sagst, Walker. Du sagst, Sheriff. Wir sagst, Rick. Du sagst, Badass. Wir sagst, Darrell. Du sagst, Child Soldier. Wir sagst, Carl. Du sagst, Doctor. Wir sagst, Herschel. Du sagst, Crazy. Wir sagst, Shane. Du sagst, Evil. Wir sagst, The Governor. Du sagst, Taylor Swift. Wir sagst, Beth. Du sagst, Country Girl. Wir sagst, Maggie. Du sagst, Life. Wir sagst, The Walking Dead. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah, ist auch nicht unbedingt der Bruder. Also mal. The Seven Baked Dwarfs. Spacey, Munchy, Jetty, Sleepy, Hippie, Lazy und Dope. Okay. Ah, Fickle, da ist Drake. Also jetzt bin ich schon die ganze Zeit am Surfen und ich hab immer noch 100 Prozent. Das ist halt auch vorn. Wenn wir auf einmal rennen sie auf Null. Das wäre natürlich schlecht. Das ist mir jetzt überscaled, also super. Akku eingepflanzt, man. Das könnte natürlich sein, so ein Über-Akku. Was kennen jetzt eigentlich? Was war mit Yam jetzt, Alter? Ich hab keine Ahnung. Wenn wir das doch fertig gemacht. Da liegt mehr Katana. Katana braucht eigentlich keiner. Jo, ich war hier bei Serkabim. Ja, aber wir nicht. Ich hab's aufgehoben. Boah, nein, nein, jetzt geht's noch Zeit. Ach, jetzt geht's noch weiter. Damit wir schaufeln. Wir überwalten nicht so weit. Du meinst. Du meinst. Mhm. Alter, der Auto auffüllen kostet 500. Du meinst. Hast du ein Katana? Wo? Ich hab's da jetzt wegschmissen. Oh, hab ich wieder was? Ja. Ah. Dafür gibst du mir Kohlen. Ja. 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 Ne, boi. Gib einfach alles, was du hast. Ich brauch geil. Ich brauch's. Ich brauch's. Ich brauch's. Ich brauch's. Ich hab's nicht gedacht. Ah, zu fix. Ah. Ah. Du kannst die Schopenkirre. Ballabra. 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 Es war schubgeil, wenn die Automatik-Pump auch so eine von den Waffenwacke. Ja, ich hoffe doch, dass sich das von Perk zu Perk irgendwann mal steigert, beim Level. Dass man dann irgendwann mal ne bessere Startwaffe hat. Fleischpaar! Ja, gleich mal ja Ballpark bis Anfang. Zum Beispiel. Ja, ich bin am Nachladen. Nachladen, Hilfe! Ja, Leck, da ist nun mal so ein Vetter. Mit dem Motorsäck. Da geht's anders dazu. Ich kann nur noch schneiden. Woah, jetzt mal! Ich bin hier am Nachladen. Ich bin da am Stirn, oder? Ich bin da am Stirn, oder? Ich bin da am Stirn. Nachladen, Cfix. Cfix, jetzt kommt der Scrack da her. Oh, ne, hat mich getötet. Wie viel brauchen wir denn überhaupt nicht? Was? XT. 6 zum nächsten Part. Ja. Ich hab schon gleich ins Knieter leider geschmissen. Die Hälfte. Was muss ich nur noch? Was überlegt? Oh Gott. Ich bin ja umgelegen. Was überlegst du? Ich muss mich wieder rauszutun. Ab am fahren. Ja. Ist eh schon ewig. Ja. Das ist der Regen, weißt. Ja. Ja. Ich muss morgen viel aufstehen. Die Ohne noch zum Einkaufen fahren und so. Hm. Weißt schon. Ich glaub so machen wir das jetzt. Musst aber nur mindestens drei Wellen jetzt kurz warten. Ja, ja. Boah, was hat denn wieder aufgekommen? Äh, es kann nicht meine Waffe gewesen sein. Eine fette Pumpe. Ne, das ist nicht meine. Ja. Super dick. Ja, vielleicht ich will. Will ich doch eh. Das ist nicht. Du kannst verticken und auch verkohlen dafür. Die gefällt mir. Die hätt ich eh gern. Brauch ich dann nur noch Ding. Den Ausweiter und dann... Hat sie nur noch zu zweit? Wie? Na. Soviert. So. Jetzt muss ich nur schauen wo ich gestorben bin. In der Hoffnung, dass meine Waffe noch da liegt. Jaaa. Aber es sieht nicht so aus. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Geil, jetzt wird's geil. Geil, jetzt wird's geil. Ich hab jetzt mal so einen Ausweiter. Flashpound. Schau mal was da geht. Das ist vorher, oder? Flashpound passt. Testen wir den dir gleich mal. Eine gefahren in den Typen, Alter. Geil. Das ist eine geile Spielzeuge, Alter. Der gefällt mir. Ja. Was meinst du? Ja, der ist wohl geil, Alter. Nee. Ja. Boil, Alter. Ja. Hey, oder? Ja. Ja. Oh, oder? es kommt wieder ins crack noch von hoch heisst du tot oder wie? Ja genau, jetzt muss ich nachladen, jetzt muss die ganzen Stalker rumlaufen, immer. Ja man, da geht fett, top. Ja man, da geht fett, top. Ja man, da geht fett, top. Ach so, Benzyn war dann wir, okay. Small investment, ja. So. 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 Let's go. Wie musst du arbeiten? Von 6 bis um 10 vor 3 Ich hab Urlaub Ich sowieso habe ich Frühschicht Na gut, dann sag ich mal beim Sman Dankeschön fürs Zuschauen Und kannst dir einen Like da lassen oder so Und dann bei der Song Auf ein neues, an einem neuen Tag oder nicht? Ja, kann man so sagen Ja, schau mal Ich sag bei dir auch mal tschüss, aber ich sag bei mir extra dann nochmal tschüss Ja und bei dir auch mal tschüssi tschüssi So ja, wir verabschieden uns auch Für heute reicht's Aber später bin ich wie gesagt vielleicht nochmal mit einem anderen Spiel da The Forest, Strandedieb Rustin Evil, weiß nicht, lasst euch überraschen Also, dann erstmal bis später Hau mit dirzen Hau mit diri Achja, danke fürs Zuschauen Genau, von mir auch nochmal ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen Hau mit dirzen Ciao mit V Ciao Ciao mit